So Freunde, in Belfi2042 ist jetzt das Halloween-Event eingetroffen. Das gab jetzt ein größeres Update mit 3 GB. Da haben sie jetzt das Halloween-Event reingebracht und vor allem diesen Event-Pass. Und diesen Event-Pass schauen wir uns jetzt in diesem Video mal etwas genauer an. So, wir schauen jetzt mal rein, wie das mit dem Premium-Pass funktioniert. Ich gehe jetzt mal auf Event-Pass-Premium kaufen. Und da gelangst du zu dem Store-Punkt. Genau, ihr könnt auch beim Store reingehen. Hier oben ist es dann oben links. Und ihr könnt dann jeweils einmal die 10-Euro-Version kaufen. Dann habt ihr nochmal einen speziellen Skin für 10 dabei. Den sieht man jetzt hier. Plus 15 Stufensprünge. Also wer jetzt wenig Zeit hat, aber dennoch das Event, sage ich mal, abschließen möchte. Da wäre das, denke ich mal, die beste Variante. Wer sowieso nicht so ein großes Interesse hat oder, sagen wir mal, noch die Points übrig hat. Weil ihr braucht insgesamt 500 Battlefield-Punkte von dieser Premium-Währung. Wenn ihr die nicht mehr habt, klar, dann müsst ihr aufladen. Aber wenn ihr die eh noch habt, dann kann man das natürlich mal upgraden. Da habt ihr dann insgesamt die 30 Stufen, die halt mit dabei sind. Plus die 15 kostenlosen, die jeder dabei hat. So, wir werden mal schauen. Stetigen, na klar. So, hat das jetzt funktioniert? Ja. Wir haben jetzt einmal hier einen Avensis-Skin bekommen. Ja, genau. Das ist eine Instant-Belohnung. Schauen wir mal nach, ob der angekommen ist. Avensis-Skin mit so roten Teilen an der Seite. Jo ist auf jeden Fall angekommen. Habt ihr jetzt hier so Augen an der Seite und so rote Ardern. Leider ist es, glaube ich, nicht beleuchtet. Ich glaube, ein paar Skins sind beleuchtet. Der Skin hier für den Bogen. Oh nee, was ist das nochmal? Den Ghostmaker. Wer mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das Grüne leuchten. Aber das können wir ja mal ganz schnell probieren. Wenn wir auf die neue Karte gehen, die ist ja so düstig. Also so ein bisschen, ja, dunkler. Da werden wir das sofort sehen. Ansonsten hat man hier ein paar Skins dabei, die ganz nice sind. Ich weiß nicht, warum sie hier den Crawford mit so einem Weiß ausgestattet haben. Das hat eigentlich gar nichts mit Halloween zu tun. Ansonsten sehen wir hier noch das Sulis-Abzeichen, was wir aus Battlefield 5 importiert haben. Plus die ganze Hintergrund-Story, die jetzt scheinbar weitergeht. Dann haben wir jetzt hier noch für den Apache-Haley den selben Skin jetzt in Grau. Beziehungsweise mit den orangenen Applikationen. Was gibt es noch? Ghostmaker. Dann haben wir jetzt hier auch nochmal den Skin mit den gleichen Muster, sage ich jetzt mal. Dann geht es weiter mit den Kasper mit Stufe 5. Auch wieder mit diesem Weiß, Grau und Orange. Dann geht es weiter mit Premium. Da kriegt man jetzt 100 von dieser Battlefield-Währung. Stufe 7, da haben wir diesen Stealth-Bomber. Den Skin hatte ich, glaube ich, schon gezeigt. Der wurde ja an Träler gezeigt. Dann haben wir einen XP-Boost. Dann gibt es für die Desert Eagle einen Skin mit Orange, Grau. Und ja, ich sehe gerade hier noch so ein Symbol. Ich glaube, das ist für dieses Halloween-Event. Das Symbol mit so einer Flamme. Und so ein Totenschädel. Dann geht es weiter mit Stufe 11. Da kriegt man diesen Waffenanhänger, den wir auch schon im Trailer gesehen haben. Dann haben wir wieder eine Battlefield-Währung. 100 Coins. Dann geht es weiter mit DOSA. Auch wieder mit diesen selben Mustern, was wir bereits schon gesehen haben. Dann geht es weiter mit der M5A3. Auch wieder mit diesem selben Muster. Orange Firebomb steht jetzt hier. Und hier sehen wir jetzt auch wieder diese Flamme am Griffstück. Jetzt kommt Stufe 15, das M1 Garant. Das ist die neue Waffe, was mich etwas gewundert hat, dass wir die überhaupt jetzt hier reinbringen. Aber ich denke mal, das würde die meisten interessieren. Stufe 15 ist also noch ein bisschen hin, bis wir die freischalten können. Wer das mit den Stufenspringen natürlich holt, kann natürlich eher darauf zugreifen. Das ist ganz klar. Und das ist jetzt hier die Portal-Version, die aber ein bisschen geupdatet wurde. Also die haben es ja noch mal ein bisschen modifiziert. Das hatte ich ja bereits schon mal in einem älteren Video in diesem Change-Log kurz angesprochen. Dann geht es weiter mit dem XP-Boost. Dann haben wir wieder für die Desert Alien-Skin. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, finde ich ganz cool. Also ich würde fast sagen, dass diese grünen Augen da drinnen, die wir jetzt hier vorne am Lauf sehen, dass das leuchtet. Also das müsste man mal testen. Jetzt gehe ich stark davon aus, dass ich hier so silbersehe ich gerade. Dann kriegt man wieder Belfit-Währung. Dann haben wir jetzt hier so einen, ja, Waffenanhänger ist das Dämonen-Siegel. Stufe 19. Dann geht es weiter mit der M5A3 wieder. Diesmal mit einem besseren Skin. Hier habt ihr einmal so einen krassen Tonschädel bei diesem Munitionsbereich. Ja, ich weiß gar nicht, wo man die Munition reinsteckt. Ansonsten sind das so eine Silber-Applikation mit Tonschädeln. Ist auf jeden Fall ein bisschen außergewöhnlicher als sonst. Das haben sie, da haben sie schon auf jeden Fall sich ein bisschen Gedanken gemacht. Dann geht es weiter mit Level 21. Da bekommen wir eine Hintergrundkarte, Heimgesuchte. Dann haben wir einen XP-Boost wie noch dabei. Dann geht es weiter mit dem M1-Garant-Skin. Verfluchte Verbindung. Normalerweise war das ja bei den Portal-Waffen so, dass die keine Skins eigentlich zur Verfügung hatten. Nur so Standard-Grundlackierungen. Das haben sie dann aber später mit ein paar Updates, das ist schon etwas länger her, jetzt irgendwie doch geändert. Für die P90 gibt es dann auch einen Waffenskin. Finde ich ganz gut, dass wir da auch nochmal besondere Skins ausrüsten können. Also für diese Portal-Waffen. Hier geht es dann weiter mit 100 Battlefield-Münzen. Dann kriegen wir wieder eine neue Hintergrundkarte. Bekenntnis des Konvents. Weiter geht es mit der S-Fahrritueller Verbote. Mit einem Pentagramm, mit so Stacheln und so komischen, ja, Blutverbänden. Und Blut. Dann haben wir jetzt wieder diese Battlefield-Werhung. Hier finde ich der Skin, das ist, den wir auch im Trailer gesehen haben. Hier ist es mal interessant. Ob diese, ja, Totenschäde mit ihren grünen Augen, ob die leuchten, ich gehe stark davon aus. Da müssen wir mal abwarten. Ist relativ weit oben, aber den Bogen, den Ghost-Maker, den können wir schon mal eher probieren. Wenn der leuchten sollte mit diesen grünen, dann wissen wir Bescheid. Dann wird es hier auch bei diesem Portal-Skin der Fall sein. Weiter geht es mit Level 29. Das ist dann fast das letzte Level. Kasper bekommt ja dunkler Galgen. Das sind so gewöhnungsbedürftige Skins, sage ich jetzt mal. Ich mag das ja überhaupt nicht, wenn jetzt ständig überall so viele Masken da auf dem Kopf sind und man gar nichts mehr sieht von dem Gesicht. Okay, der 30er-Skin für den Boris sieht nice aus. Aber wer spielt denn bitte den Boris? Ja, der wird sowieso fast nie gespielt, weil die Gun viel zu schwach ist. Und ansonsten sind die Fähigkeiten von Boris jetzt auch nicht unbedingt so der Bringer. Schleichender Schatten. Es sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Ja, aber wie gesagt, wer spielt denn den Boris? Das hätten sie mal für Maria Fight bringen sollen, den Skin. Ich glaube, da hätten sich die Leute ein bisschen mehr gefreut. Okay, das ist übrigens gratis. Und 29 ist dann wieder dieser Premium-Skin. Ich sage mal, 5 Euro für diesen Premium-Pass, dass man den sozusagen, ja, vollständig aktiviert und dann freischaltet. Das ist schon ganz in Ordnung. Ach, ihr seht gerade, wöchentliche Missionen sind auch wieder dabei. Das läuft jetzt insgesamt vier Wochen, also 27 Tage. Da habt ihr jetzt hier pro Woche auch wieder Missionen, wo man ein bisschen mehr von diesen Event-Pass-Punkten bekommt. Ich wollte schon sagen Battle-Pass-Punkten, aber es ist ein Event-Pass. Und hier gibt es nochmal so eine kleine Information zu diesen Event-Pass. Ja, ansonsten habt ihr jetzt hier bei den Hauptbildschirmen den Event-Modus. Einmal Hardcore-Eroberung und einmal Standard-Eroberung auf Schlachten den Artennen und LL-Amein. Und die kann halt so besonders düster gemacht werden mit diesen Feuerkreisen. Ansonsten die zwei anderen Karten, die danach kommen. Ich glaube, das ist dann erst Woche 3 und 4. Die sind dann nur ganz normal. So, dann gucken wir mal in den Store rein. Da gibt es Dunkle Doktoren. Für Maria Falk ist da ein Skin drin. Das kostet jetzt hier das Ganze bei 17,50 Euro. Verhüllte Schlechteren haben wir für Maria Falk einen neuen Skin. Mit, ja, ich sehe gerade, ich weiß gar nicht, ob das Teufelshörner hier sind an der Seite oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein nettes Detail, was sie hier reingefügt haben. Ansonsten mag ich das ja nicht, wenn der Kopf so verhüllt ist. Aber ich denke mal, die meisten werden sich freuen, dass für Maria Falk mal wieder neue Skin reinkommt. Weil das ja so eine Klasse ist oder ein Spezialist, der am meisten gespielt wird. Dann haben wir für die VAX D3 ein Skin mit so einem grünen. Ich denke mal, das wird in dunklen Leuchten. Da müssen wir mal testen. Und, ja, silberne Applikationen mit so einem, ja, Zombie oder sowas, was es darstellen soll. Blutbad Erntter. Meine Güte. Was sind denn das hier für Wörter? Das kann man ja fast gar nicht aussprechen. Finde ich übrigens nicht so gut, den Skin. Dann kriegt man eine neue Hintergrundkarte. Hüte dich vor den Schlechtern. Dann gibt es für die P90 ein Skin. Das ist eigentlich auch eine Portalwaffe. Ihr seht, haben sie jetzt auch einen Premium Skin mit reingenommen. Finde ich, wie gesagt, ganz gut. Ansonsten hätten wir da noch die Standard Skins oder diese Grundlackierung, was ein bisschen langweilig wird mit der Zeit. Und dann gibt es noch eine Spielermarke Graben Schaufler. Finde ich ein bisschen hoch, der Preis übrigens. Aber ansonsten, ja, muss man halt selber wissen, ob man das holt. Okkulte Auferstehung gibt es dann auch nochmal für 17,50 Euro. Da ist diesmal List dabei. Mit einem heimgesuchten Phantom Skin. Ja, ist okay. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier die Beleuchtung so schlecht gemacht haben. Man kann gar nicht wie richtig den Skin sich anschauen. Weiter geht es mit der PPX. Räscher Besitz, heißt der hier. Und da sieht man auch wieder diese gleichen Grundmuster, was wir schon bei den anderen gesehen haben. Pontarck ist auch mit dabei. Aufsteigender Dämon. Mit Silber und so ein Mund wahrscheinlich soll das darstellen. Dann gibt es eine Hintergrundkarte unter der Maske. Dann haben wir noch für die Typ 88 LMG ein Skin mit 88 steht hier drauf rund. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt so eine Zahl, die eigentlich nie so gut ankommt bei der Bevölkerung. Wenn man die verwendet, auch mal ihr seht, das soll wahrscheinlich diese Typ 88 darstellen. Okay, ihr seht mir auch wieder diese grünen Augen. Ich vermute mal, dass es leuchtet. Und dann haben wir jetzt hier wieder so eine Spielermarke Erdzwinger des Bösens. Aber ich finde der Preis ein bisschen hoch. Also mein Preis wäre jetzt für das Bundle 13 Euro, was ich auch maximal ausgeben würde. Da würde ich mal warten, bis das im Angebot ist. Ansonsten, ihr müsst es nicht kaufen. Wie gesagt, ganz okay, dass sie sich trotzdem hier nochmal ein bisschen Gedanken gemacht haben. Ich finde den Event Pass ganz nice, dass wir wenigstens mal ein bisschen was bekommen. Bis zum nächsten Battlefield ist ja noch so lange hin. Ich kann mir vorstellen, dass es wie so ein kleiner Testballon ist, dass sie dann irgendwann, wenn das jetzt wirklich auf den nächsten Battlefield-Teil zugeht, also wenn dann wirklich nur noch so drei bis vier Monate übrig sind, dass sie dann nochmal sowas wie Road to Battlefield machen. Und ich denke mal, dass wir dann sowas wie so ein Event Pass nochmal bekommen werden. Aber natürlich mit anderen Sachen dann natürlich, klar. Dass sie das jetzt wie so einen kleinen Testballon verwenden, gehe ich jetzt mal davon aus, gerade bei Road to Battlefield zum nächsten Battlefield-Teil, da müssen sie indirekt im Spiel Werbung für den nächsten Teil machen. Und wenn sie das nie machen, wäre das ja verschenkter Platz, sage ich mal, oder verschenkter Möglichkeit. Hier sehen wir übrigens nochmal diesen 10 Premium-Skin für 10 Euro. Den habe ich jetzt hier nochmal rausgesucht. Ansonsten schreibt mal eure Meinung zu diesem Event rein. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten hören wir uns im nächsten Battlefield-Video. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr zum nächsten Teil werden. Ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal ein paar neue Informationen dazu erreichen. Ansonsten, wir hören uns im nächsten Video. Allgoldpriester, ciao.